Musik Das ist kurios, doch. Ja, nachdem uns gestern eine Möwe ins Boot geflogen ist, ist uns heute dieses Exemplar hier zugeflogen. Jens, hat es dich gerammt? Ja, es ist gegen eine Angel geflogen hier und dann zack, bei mir auf den Kopf. Ey, was soll das denn? Hat der bei mir eine Mütze und dann lag es vor mir auf dem Fußboden hier. Ja, das ist so ein Hochwürge-Animier-Vogel da, so ein Schnorrer ist das. Wann hast du den? Glaube ich, das sind doch die, ne? Machen Sie dich fertig? Ich glaube schon. Ja, kommst nicht hoch, wa? Ja, und nun? Machen Sie dich fertig? So eine Schweinerei. Bleib mal hier. Bleib mal beim Onkel hier, ne? Bleib mal bei Onkel Thomas, da passiert ja nichts. Echt nicht? Komm, ja, das ist eine gute Sache. Vielleicht haben wir eine neue Art entdeckt, Jens. Den nennen wir ihn Hochwürge-Animier-Vogel. Ja, das ist so. Komm mal zu mir, komm, ja, siehste. Ja, komm mal bei Onkel hier, ne? Komm mal hier, ja genau, komm mal, jetzt da rauf, ne? Ja, los, dann hau doch endlich ab. Ich hab gerade ein bisschen übrigens. Sonst kostet das Miete hier. Auch noch. Kostet Geld sonst. Oder willst du den Fisch haben? Gib dir alles. Wie viel? Ich gebe dir alles. Ja, 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 ja... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.